Wunderbar hallo und herzlich willkommen zurück zu Mörsen Part 23 nein Moment das war das falsche Spiel Prozent 13 ja ihr wisst ja es steht ja im Titel zurück zum spiel ach nö jetzt noch so eine Stelle ich werde gleich wieder fluchen ich kann euch jetzt schon versprechen ich werde gleich wieder fluchen weil diese Stelle wieder so arschschwierig ist da haben wir noch einen Koffer gefunden so macht man das habt ihr das gesehen aber hier komme ich nicht weiter egal den Koffer gefunden take this da kann ich nicht lang da oben muss ich lang gut muss ich hier oben lang glaube ich oder auch nicht so und hier nein ja lass dich los wo muss ich eigentlich hin da oben hin na gut uhr ich sollte nicht B drücken während ich laufe neun warum stirbt die eigentlich aus so ner Höhe ich kann nicht verstehen so hoch ist es jetzt auch nicht das ist ein Sprungschanz oder na theoretisch könnte ich das schaffen aber ich das will ist eine andere Sache weil ich so ja auch herkomme aber ich muss da oben hin ne na so geht das auch wunderbar Face wunderbar geht das nein hier oha oha Vorsicht nicht darunter blumsten wieder sind wir noch eine Etage höher ich muss mal da oben hin zum besten hier ne und sterben tot also an der Wand langlaufen na gut die ist jetzt zu weit gelaufen oh die blöde Kuda uah die läuft immer zu weit ist unfassbar nein die läuft zu weit die läuft eindeutig zu weit da kann ich nichts machen jetzt sachte hoch boah gut jetzt muss ich eigentlich da rüber ne muss ich eigentlich da in der Mitte hoch das war wieder arschknapp ich bin jetzt mal hier rüber und schauen ob ich hier besser da hoch muss ich da oben ist es theoretisch so das wird nix das wird hundertprozentig nix da wieder kopfrummisch wird na ich probier's jetzt einfach mal jo so hab ich mir das gedacht zu weit zu weit uah 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 das war knapp ich muss da oben dran da oben dran bisschen so oder halt die fest na gut das wird nix versuche ich das jetzt mal so ja genau so ja lass dich los komm lass dich los 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 die stirbt nicht ernsthaft ach maaaann lass uns zum kotzen muss ich den ganzen kotzen noch einmal machen oh da hoch und hier hoch und hier lang da lang hier rüber bin ich wieder hier ne ne wo bin ich wo muss ich hin was muss ich tun sterben hoffentlich bin ich da oben wieder am Checkpoint jawoll so jetzt das schafft ihr niemals probier's jetzt einfach mal nope das schafft ihr nicht und dort und so weiter und dort ich sterbe aber oft hier und dort ich sterbe sehr oft hier nein nicht zu weit nein und dort und dort drin bin ich schon mal richtig hier bin ich auch richtig und hier bin ich schon mal 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 richtig Tod Ja, die Stelle Die mag ich wie verrückt Ich bin die Stelle im ganzen Spiel Nein, boah Danke, dass du dich festgehalten hast Aber wenn ich weiß, wie ich hier weiterkomme Ich versuch's jetzt mal so Könnte sich da oben Nö Nope Auch so nicht Nope, auch so nicht Und wieder tot Das ist irgendwas da in der Mitte Ich hab echt keinen Plan Hier weiterkomme Hier unten vielleicht Nö Vielleicht nur so, oder? Jawoll Geht doch Jetzt? Oh ne Nochmal so'n Sprung Gut, hab ich geschafft Da oben Noch eine Tasche höher Das ist doch unermachbar Muss ich wieder rüber, oder was? Ich weiß es echt nicht Da oben muss ich hin Moment Da oben Seht ihr? Bringt das irgendwas da hinten hin? Ich glaube nicht Ich muss aber da hinten hin Ich muss definitiv da hinten hin Oha, nicht zu weit springen Da hin Ich bin tot Ach come on Bestimmt denkt sich die Die das sehen hier Voll der Idiot Der kann gar nicht spielen Lern spielen Du Spast Und jetzt? Hm? Warum bin ich hier oben? Das schafft die niemals Tot Warum zur Hölle war ich jetzt da oben? Ich kann das nicht Das schafft die nicht Ich weiß schon wieder nicht Wie es weiter geht Ich weiß, dass ich da oben hin muss Vielleicht gehe ich jetzt mal ganz rüber Ja Erstmal falle ich nochmal runter Wisst ihr? Kennt ihr in der Folge? Kriegt ja Zugenügen geboten Wie ich runterfalle Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite Schau mal da Ob hier irgendwas ist Nope Ist auch einfach gar nichts Ah, da Da, 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 da Ich hab's gefunden Ich hab's gefunden Ich hab's gefunden Darüber Da hoch Jetzt Vorsicht Oh Nein Oh Immerhin wissen wir jetzt, wo wir hin müssen Na Und den Käse schon mal erledigt Wegfindung Gecheckt Das wird's nur noch Schaffen Ja, sehr schön Nice Jetzt hat sich festgehalten Hoch Hoch Und jetzt Ja Super 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 Nur noch darüber Nur noch in Anführungszeichen Es ist nur noch darüber Es ist nur noch darüber Es ist nur noch darüber In der Länge mit der Anlüftung Ja Juhu 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 We've done it Holy crap Das wollte ich nicht Jetzt Runter Festhalten Hoch Zieh dich hoch Jawohl Wir sind drin Mann Die Ratten hier werden echt riesig Juhu Geschafft Wir müssen nur noch hier runter Geht's links noch lang? Geht's rechts noch lang? Nö Also ab runter Au Geht's da lang? Nö Ne Ratte Da muss lang? Irgendwo ist ein Koffer Da Yay Drei von drei Wow Super Alle drei Koffer hier gefunden Doll Daumen Wo sind wir jetzt? Was sind wir hier? Siehst du das Gewehr? Nö Ist dir gerade gar nichts Schwarzer Bildschirm Jetzt Siehst du das Gewehr? Geh da hin und nimm den Konvoi ins Visier Du musst einen Weg finden, ihn aufzuhalten Versuch's mit dem Motor Ich schalte dich in den CPF-Kanal des Konvois rein Konos Konvoi Wie ist der Status? Ende Sieht gut aus Der Weg ist frei Wo bleiben sie? Hoch Habe ich was falsch gemacht? Ich hab ihn voll getroffen Ich hab ihn voll getroffen Jetzt Ende Sieht gut aus Der Weg ist frei Na wo bleibt der? Konvoi Hallo? Jetzt hab ich getroffen Jetzt da hin Ich bin unterwegs Zu spät Die wissen jetzt wo du bist Wie die wissen wo ich bin Wo wissen die das schon wieder? Schon wieder am Cheaten Schon wieder Wallhack Ach die Stelle ist das ja gut Weg Die aufnehmen Und weiter Da unten Bewegung Bewegung Wer schießt da schon wieder? Da hinten Gebot Und weiter geht's Ja da unten Hey Ja ja beruhig dich Da ist ein MG Schütze So den haben wir Hier war noch einer Da genau da Ah da links Wow 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 Nein 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 Nicht sterben Aufladen Ich bin hier nicht Ich bin hier nicht Ich bin hier nicht Wer das erzählt lügt Da hinten Da hinten Hallo Da Na komm Ich weiß was du schon noch lebst Was Ich stehe da raus Alltagsschwede Kate gerettet Kate Kate Faith Ruhig Wie Wahnsinn was du alles für mich getan hast Das war ich dir schuldig Kate Nimm das Das ist Merk Er ist dein Freund Er wird dich hier wegführen Ich lenke die Cops ab Und komm später nach Okay Wie ich schlenke die Cops ab Achso gut zum Glück muss ich das nicht spielen Meine Güte Nein Was denn da passiert Merk Oh nein Merk Ich konnte sie nicht stoppen Sie haben Kate Aber ein paar der Penner habe ich erwischt Wo sind sie hin Sie haben etwas erwähnt Die Scherbe Beim Bürgermeister Ja Shit Merk Ich hole jemanden Einen Arzt Das bringt doch nichts Faith Es tut mir leid Merk Es tut mir leid Nein Nicht bereuen Aber lass sie nicht gewinnen Niemals Merk Versprochen Rest in Peace Aber die Rache ist mein Ich werde sie alle töten Alle auslöschen Vernichten Zerstören Und wie ich sie alle töte Vernichte Ausratte Zermetzle Und sonst Auch alles Was man sich so einfallen lassen kann Seht ihr im nächsten Part Von Mirror's Edge Bis dahin Macht's gut Schaltet wieder ein Tschau Tschau